So, meine lieben Freunde, es ist Slime Climb Time, yeah! Das ist also ein Level, mhm. Da lag ich die eine oder andere Nacht wach als Kind und habe mir überlegt, wie soll ich denn das schaffen? So bitterknapp jetzt. Musik ist aber trotzdem göttlich. Nicht ins Wasser fallen, das ist die goldene Regel in diesem Level. Ach, ich so nicht so vor, aber ey. What? Dein Savepoint ist da. Ich weiß, der wirkt jetzt leicht irgendwie, so gefühlt. Aua. So, Leute, ihr nehmt dieses Fass und dann folgt ihr diesen Bananen hier runter. Dann kommt ihr zum Bonus-Hass. Leckt es. Hier, dringend Dixie benutzen. Mit Didi wird das semi-erfolgreich. Hallo, Max. All right. 33 Coins. Wir bringen uns wieder hierher. Das ist kein Stress, heute. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Komm mal hin. Eie, da habe ich mich schon tot gesehen. Das Ding nehmen wir mit. Das brauchen wir für unseren zweiten und letzten Bonus-Level. So, here we go. Destroy them all! Da empfehle ich euch tatsächlich Didi. Irgendwie wirft er den besser. Habt ihr gesehen? Also da wirft er den relativ gut auf die Birne von diesem Lespen. So, hier einmal durchtauchen. Eure DK-Münze. Und dann heißt's. Oh, der Level hat mich trotzdem durchgenommen. Alter Schwede. Sorry. Sorry.